Ja, die Lehrerinnen-Industrie ist für mich abwechslungsreich. Man lernt jeden Tag was Neues. Es ist fast nicht zweimal ein Tag und dann noch das Gleiche. Ja, ist interessant. Ja, es ist hier nicht so schlecht, wenn man ein bisschen geschickt mit den Handys ist. Es ist ein großer Vorteil hier als Elektriker. Wenn du tieffähig bist, war auch nicht so schlecht und flexibel muss man auf alle Fälle sein in so einer großen Industrie wie hier. Ja, ich glaube das Beste hier sind die Arbeitszeiten, weil die sind echt ideal für junge Leute. Und die Bezahlung ist auch super. Was mich erinnert am meisten Tag ist, dass die Gesellen wie Freunde zueinander sein. Dass man jeden Tag eben etwas Neues sieht, etwas Neues lernt. Und da. Und da. Ich bin sicher. Und da. Und da. Und da. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Du hast alles.